Mein Name ist Oliver Tonhofer. Wie Till schon gesagt hatte, komme ich von der Firma OmniScale aus Oldenburg. Wir machen sehr viel Entwicklung im Open-Source-GIS-Bereich, Client-seitig, Server-seitig, stellen Open-Street-Map-Karten-Dienste bereit und machen neben Map-Proxy auch Impossum-Entwicklung und Support. Worüber ich heute sprechen möchte, ist Python. Python ist eine Programmiersprache. Und ganz vorweg, wer hat damit schon mal gearbeitet? Na gut, sind doch schon sehr viele. Gut, freut mich. Also, dann ist den meisten halt bewusst, dass Python auch eine Open-Source-Programmiersprache ist. Und eine sehr große Community hat, sehr viele Entwickler. Nicht nur aus dem Geo-Bereich, sondern wirklich aus allen Bereichen. Und Python ist einfach. Und auch das versuche ich hier so ein bisschen zu zeigen. So, das einfachste Programm, wenn man mit Python starten möchte, sieht ungefähr so aus. Man öffnet einen Text-Editor, tippt da einfach ein, print, hello world. Und führt dann auf der Kommando-Zeile einfach aus, Python, Leerzeile, den Dateinamen, wo man das gespeichert hat. Und schon bekommt man die Ausgabe, hello world. Man braucht keine... Was? Bitte? Ah, okay. Also, auch wenn man kein Live-Coding macht, es können sich Fehler einschleichen. Gut, nächstes Mal gibt es Live-Coding. Aber was man da sieht, man braucht keine IDE, man braucht keinen Compiler. Man schreibt einfach die Datei. Und wenn man dann die richtige Datei erwischt, dann kriegt man auch die richtige Ausgabe. Python ist außerdem interaktiv. Was das Arbeiten mit Python sehr angenehm macht. Wenn man Python ohne weitere Datei ausführt, dann kriegt man einen Prompt. Das sind diese drei Größe als Zeichen. Und dann kann man einfach Zeile für Zeile Befehle eintragen und kriegt sofort in dem Fall auch das richtige Ergebnis. Auf den Folien habe ich öfter solche Beispiele. Die drei größeren Zeichen, wie gesagt, sind Eingabe-Aufforderungen. Das gehört jetzt selber nicht zur Programmiersprache. Wer viel mit Python arbeitet und da auch interaktiv so ein bisschen Sachen ausprobieren möchte, den kann ich nur iPython empfehlen. Das ist eine Erweiterung. Diese Erweiterung führt so ein bisschen zum Beispiel Autovervollständigung ein. Das heißt, wenn man jetzt ein Modul hat und man nicht mehr ganz genau weiß, wie jetzt eine bestimmte Funktion hieß, dann kann man Tab-Tab drücken und dann kriegt man angezeigt, welche Funktion es gibt. Wenn man dann jetzt ein GE schreiben würde und Tab drücken würde, wird das vervollständigend zu GET. Mit Fragezeichen bekommt man da direkten Hilfe. Datentypen möchte ich eigentlich nicht so im Detail eingehen, aber Listen, Dictionaries sind direkt in der Sprache integriert. Man muss sich nicht überlegen, brauche ich jetzt eine Link-List oder irgendwie einen Tree-Map etc. Die kann man sehr einfach verwenden. Python ist lesbar und verständlich. Ich denke, auch die unter Ihnen, die mit Python noch nicht programmiert haben, werden verstehen, was diese drei Zeilen machen, öffnet eine Datei, iteriert diese Datei, also geht da dann Zeile für Zeile durch und gibt die aus. Und das ist eine der großen Stärken von Python. Wenn man Programme geschrieben hat, halt auch ein halbes Jahr oder ein Jahr später, wenn man sich das nochmal anguckt, versteht, was man damals eigentlich gemacht hat. Python hat ein Motto, Batteries included. Das heißt, das Wichtigste, um damit zu starten, ist schon enthalten. Das ist die Standardbibliothek. Da gibt es sehr viele Pakete, die man im Alltag immer wieder benötigt. Zum Beispiel das Glob-Modul. Damit kann man so Wildcards, wie man das auf der Shell kennt, einfach implementieren. Das heißt, in dem Fall würde man eine Liste zurückbekommen mit allen Dateien. In dem Verzeichnis jetzt mit SHP enden. CSV-Dateien möchte man vielleicht ab und zu mal öffnen. Auch in dem Fall gibt es ein Modul, ein CSV-Modul. Da kann man auch nicht Komma-separierte Dateien mit öffnen. In dem Fall jetzt mit einem Dict-Reader. Der macht das so, dass er die erste Zeile einliest und daran dann erkennt, an welcher Stelle jetzt welches Attribut drin steht. Und das heißt, hier weiter unten kann ich einfach sagen, ich möchte jetzt den Namen haben, Long und Lat. Und in welcher Position die jetzt eigentlich in der Datei waren, spielt dann keine Rolle mehr. Das ist dann viel einfacher, als wenn man sich selber das von Hand irgendwie strickt, Zeile für Zeile einliest und wieder am Semikolon trennt. JSON-Datenformat, was auch immer mehr Verbreitung findet. Da gibt es auch ein Modul, was in Python integriert ist, dem man die Dateien einfach öffnen kann. Die Standard-Bibliothek hat noch viel mehr Pakete. Jeder, der sich mit Python beschäftigt, sollte da so ein bisschen gucken, was es da alles gibt. Die Dokumentation ist da sehr umfangreich und wer mehr Informationen zu einem bestimmten Modul wissen will und wie man es auch praktisch einsetzt, den kann ich Python Module of the Week empfehlen, die Seite. Weitere Pakete, es gibt das Python Package Index. Falls man irgendwas hat, was nicht in Python selber drin ist, da gibt es zurzeit über 40.000 Pakete, auf die man zurückgreifen kann. Und die kann man sehr einfach installieren. Da gibt es zwei Tools, PIP und Easy Install. Unter Linux nimmt man eher PIP. Das ist ein bisschen robuster und bietet auch einen Uninstall. Allerdings werden Binärpakete da nicht unterstützt. Das ist dann bei Windows eher von Vorteil, dass man dann mit Easy Install arbeitet. Und gerade unter Linux, viele Distributionen und Anwendungen greifen bereits auf Python auf und deshalb ist es empfohlen, dass man mit Virtual Env arbeitet. Damit umgeht man dann die Gefahr, dass man sich durch das Installieren von inkompatiblen Versionen dann mit der Zeit einfach sein System so ein bisschen zerschießt. So, was kann ich damit anfangen? Wir sind auf der Foskis, deshalb wollen wir mit Geodaten arbeiten. Geodaten herunterladen, einlesen, transformieren, exportieren, abfragen etc. Und da gehe ich jetzt ein Beispiel durch und zeige dann anhand von verschiedenen Tools, was man da so alles machen kann. Und ich hatte geguckt nach Geodaten aus Berlin, habe da allerdings nichts Passendes gefunden, wo irgendwie auch Koordinaten drin sind. Deshalb habe ich jetzt hier auf Rostock zurückgegriffen. Da gibt es einen JSON mit Abfallbehältern, was man einfach so runterladen kann. Und das habe ich in dem Fall jetzt mit dem Request-Modul gemacht. Und man gibt da einfach die URL an als Argument zur Get-Funktion, bekommt dann eine Antwort. Kann man nochmal überprüfen, ob die Antwort denn auch erfolgreich war. Und dann kann man direkt das JSON dekodieren und ausgeben. Und da sehen wir dann, dass es sich um ein Geo-JSON handelt, indem wir dann die einzelnen Koordinaten von Abfallbehältern vorfinden. Und die einzelnen Feature aus diesem Geo-JSON könnte man jetzt durchlaufen und da die Properties ausgeben und die Koordinaten zum Beispiel. Nächstes Paket, was ich vorstellen möchte, ist PyProch. Damit kann man Koordinaten umtransformieren. Und da ist es so, dass man für jede Projektion, die man verwenden möchte, ein Objekt instanziert. Mit in dem Fall jetzt ganz einfach nur dem EPSG-Code. Und dann gibt es die Transform-Funktion, mit der ich dann eine Koordinate von dem einen Projektion zur anderen Projektion umtransformieren kann. Und das Ganze kann man dann natürlich auch jetzt wieder das Beispiel noch mit unserem Response durchgehen. In der ersten Zeile stelle ich mir eine Liste für meine Punkte und füge dann nach und nach jeden Punkt umtransformiert von WGS84 in UTM32 einfach hinzu. Shapely, weiteres Projekt. Shapely stellt ein moderner API für Geos dar. Mit Geos kann man generell mit Geometrien arbeiten. Die Geometrien können aus Geo-JSON kommen, aus WKT oder WKB. Oder ich kann sie mir quasi auch programmatisch in Python selber zusammensetzen. Und was Shapely, beziehungsweise Geos, bereitstellt, sind halt Funktionen aus dieser Simple Feature Access Specification. Das heißt, ich kann Puffer bilden, gucken, ob eine Geometrie valide ist, mehrere Geometrien verschneiden, etc. Und in der Praxis sieht das dann so aus. Ich kann jetzt hier einfach einen Punkt erstellen und eine Linie und dann will wir prüfen, ob die sich berühren. Und hier jetzt ein bisschen ein größeres Beispiel. Ich habe zwei Punkte, von denen ich einen Puffer bilde, mir die Größe ausgebe, dann eine Intersection von diesen beiden Punkten. Hier stelle ich, das ist quasi nur die Schnittmenge. Und dann einmal noch ein Union, was quasi die Gesamtfläche von beiden beinhaltet. Und auch damit, aus dem vorherigen Beispiel, hatten wir jetzt noch die Liste mit den einzelnen Punkten, die wir bereits umtransformiert hatten, nach UTM 32. Jetzt gehe ich die Liste nochmal durch und erzeuge mir aus diesen beiden Koordinaten eine Shapely-Geometrie als Punkt. Und diese vier Zahlen, die könnte ich jetzt auch noch abkürzen. In dem Fall gibt es List-Comprehensions in Python, da kann man gerade solchen einfachen Transformationen, das heißt, man möchte von einer Liste zu einer anderen Liste gehen und mit jedem Element was Bestimmtes machen, da kann man das Ganze dann auch in einer Zeile schreiben und es ist immer noch recht lesbar. Dann könnt ihr jetzt hingehen und diese Liste einfach nach der Entfernung sortieren. Also Point-Geoms ist eine Liste und alle Listen in Python haben die Sort-Methode. Und das ist jetzt ein bisschen fortgeschritten. Da kann man als Key angeben, wonach denn sortiert wird. Und in dem Fall habe ich jetzt eine Lambda, das ist eine anonyme Funktion. Und die bekommt als X quasi immer das aktuelle Element in der Liste. Und ich berechne mir dann die Distanz zu meiner Location. Und dann könnte ich mir einfach die ersten drei Punkte ausgeben und sehe dann dort die Entfernung. Kommen wir nun zu SQL-Alchemy. Hat erstmal nichts mit Geo zu tun. SQL-Alchemy ist eine Datenbank-API für Python und ist sogar eigentlich die Datenbank-API. Die ist erstmal Datenbank-unabhängig. Man kann dann damit aber mit PostgreSQL, MySQL, SQLite etc. arbeiten. Und die API selber besteht aus zwei Ebenen. Aus einer High-Level-API. Da hat man es dann mit einem Object-Relational-Mapper zu tun, ein ORM. Da zeige ich gleich ein bisschen was. Und Low-Level, da hat man es dann mit der Expression-API zu tun. Und damit hat man eigentlich wirklich alles abgedeckt. Von ich möchte wirklich nur was ganz einfach schnell umsetzen bis zu, ich habe jetzt hier meinen mega langen SQL-Statement, was ich jetzt umsetzen möchte. Und darauf aufbauend, um jetzt wieder auf den Geo-Bezug zu kommen, gibt es Geo-Alchemy. Das ist eine Erweiterung von SQL-Alchemy, was speziell für PostGIS entwickelt wurde. Wir bleiben bei unserem Beispiel mit den Mülleimern. Wir stellen uns jetzt hier eine Klasse für die, geben dort an, in welcher Tabelle das Ganze landen soll, definieren hier drei Spalten in der Datenbank, ID, die Art und Geometrie. Im nächsten Schritt erstellen wir eine Verbindung zur Datenbank. Das wird da als Engine bezeichnet. Wir erstellen uns eine Session. Innerhalb von der Session wird die Verbindung zwischen der Datenbank und den eigentlichen Objekten hergestellt. Dann gehe ich wieder unsere Geo-JSON-Features durch, erstelle mir ein Element, ein WKT-Element aus dieser Geometrie. Ich stelle dann mein Objekt T, was ich dann hier zu dieser Session hinzufüge und ganz unten am Ende dann committe und quasi dann in die Datenbank übertrage. Und was man hier schon sieht, die Geometrie, da habe ich jetzt wieder auf das JSON zurückgegriffen, und nicht auf die Transformierten. Die sind in WGS 84 und ich rufe hier jetzt eine Postgres-Funktion, ST-Transform, auf, um in der Datenbank wieder UTM 32 zu haben. Und dann kann ich mir die Postgres-Datenbank einfach in Kugis zum Beispiel darstellen und da sehe ich dann überall die Abfallbehälter. Und ich kann damit nicht nur Daten importieren, sondern ich kann Daten dann auch wieder rausbekommen und Anfragen an diese Datenbank stellen. In dem Fall erstelle ich mir eine neue Geometrie, auf der ich dann nachher filtern kann, also ganz oben diese Location von einem Punkt. erstelle ich mir dann einen Query, da sage ich, ich möchte Objekte von meinen Abfallbehältern, also Trash, und setze dann einen Filter, der über die Geometrie arbeitet. Und auch dann kann ich mir einfach aus dem Ergebnis, kann ich mir dann einfach die Einzelnen ausgeben oder weiterarbeiten. Das wäre jetzt ein Beispiel für die Expression-RP. Das ist ein deutlich größeres Beispiel. Geht das auch nicht im Detail durch, soll aber zeigen, dass man auch sehr, sehr komplexe SQL-Abfragen damit umsetzen kann. Vorteil da ist, dass man das Ganze auch strukturieren kann. Ganz oben habe ich eine Where-Expression, die ich später erst verwende. Ich habe es hier mit einem Subquery zu tun. Und daran sieht man so ein bisschen, wie mächtig das ist und sein kann. Fiona, ein weiteres Paket, stellt eine moderne API für OGR bereit. OGR ist der Gegenpart zu GEDAL auf der Vektor-Basis, auf der Vektor-Seite. Und damit kann man zum Beispiel Shapefile, MapInfo, Tab-Dateien etc. öffnen, lesen und schreiben. Auch PostGIS oder Datenbanken. Nur wenn man mit Datenbanken arbeitet, sollte man dann eher auf SQL-Alchemy zugreifen. Die Objekte, die man aus Fiona herausbekommt, sind dann GeoJSON-Objekte. Und jetzt zeige ich, wie wir die Daten, die wir jetzt eben bekommen haben, in eine Shape-Datei reinschreiben. Und dafür müssen wir erstmal definieren, wie die Daten aussehen, die wir schreiben wollen. Das geht über so ein Schema. Da gebe ich an, was für eine Geometrie das ist. Also wir haben es mit Punkten zu tun. Und Properties, in dem Fall haben wir nur die Art von dem Behälter, den wir da haben. Und das Ganze soll ein String sein. Dann öffne ich die Datei, gebe den Dateinamen, sage mit W, dass ich das Ganze schreiben will, also write. Ich gebe den Treiber an. In dem Fall soll das als Shapefile geschrieben werden. Ich gebe das Schema an, was ich oben definiert habe. und ich gebe die Projektion ab und kann dann die einzelnen GeoJSON-Objekte schreiben. Hier ist jetzt einmal einfach nur ein Objekt dargestellt. Aber das kann man selbstverständlich natürlich dann auch wieder in der Schleife machen, dass wir die ganzen Objekte, die wir vorher hatten, dort dann in der Shapefile gespeichert werden. Was gibt es so noch? Zum einen kann man dann noch Artry erwähnen. Artry ist eine API für Lib Spatial Index. Und damit kann man in Python räumliche Indizes umsetzen. Und damit lassen sich dann Fragen beantworten, wie in welchem Polygon liegt Punkt X. Das kann man selbstverständlich auch mit einer Datenbank umsetzen. Aber wenn man nur temporäre Daten hat und man hat nicht drei Polygone, sondern 3000 oder 30.000, dann kann man das mit Artry sehr gut umsetzen. Raster.io ist ein noch im Entwicklungsstadium befindliches Paket, was die Rasterseite quasi abdeckt, also GEDAL. Und damit kann man GeoTIFF, JPEG-Dateien etc. dann öffnen und auch schreiben. Und die Raster, die man daraus bekommt, die bekommt man als NumPy Array. Und damit sind wir beim nächsten Paket. NumPy ist von der Internetseite Z Fundamental Package for Scientific Computing. Für viele eine Alternative zu MATLAB etc. Und NumPy besteht aus sehr vielen Erweiterungen, sehr vielen Paketen, die von einer sehr großen Community verwaltet werden. Und innerhalb von diesen Erweiterungen findet man dann Algorithmen, um mit Vektordaten und mit Rasterdaten zu arbeiten. Um zum Beispiel Clustering durchzuführen etc. Also wer nicht nur Daten von A nach B nach Schaufeln möchte, sondern wirklich noch tiefer reingehen möchte, der sollte sich wirklich NumPy angucken. Anwendung nur kurz. Kugis zum Beispiel, da kann man in Python eigene Plugins und Skripte schreiben. Kugis selber hat eine Python Shell. Vielleicht kann man es erkennen, da kann man mit zwei Befehlen kann man direkt auf die Layer zugreifen, die man dort eingebunden hat. In dem Fall wird jetzt da angezeigt, wie viel Feature der Layer da jetzt hat. PyWPS ist zum Beispiel eine Anwendung, in der man WPS-Prozesse in Python schreiben kann und die dann anbieten kann, im POSM ein Tool, um bei OpenStreetMap Daten nach PostGIS zu konvertieren. Dort kann man auch in Python eigene Funktionen schreiben, die die Daten dann noch verarbeiten. Und man kann entscheiden, welche Daten reinkommen. und es gibt sicherlich noch viel, viel mehr Anwendungen, noch viel mehr Bibliotheken, die selber auf Python aufbauen. Aber damit möchte ich jetzt ein bisschen abschließen. Kurz nochmal einen Überblick, was ich gezeigt habe. Mit Python selber bietet bereits Bordmittel, um JSON, CSV-Dateien etc. zu lesen. HTTP-Anfragen, Dateien herunterladen, dafür bietet sich Request an, Koordinatentransformation kann man mit PyProj machen. Sobald man irgendwas mit Geometrien macht, Verschneidung etc., bietet sich Shapely an, SQL dann mit SQL-Alchemy und sobald man was mit Geometrien macht, in PostgreSQL, also mit PostGIS, bietet sich dann Geo-Alchemy an, Fiona für Vektordaten, RasterIO für Rasterdaten, NumPy dann für tiefergreifende Algorithmen. Und ja, das Fazit ist, Python bietet Pakete für jeden Zweck. Ich hoffe, das konnte ich so ein bisschen zeigen. Python ermöglicht es sehr schnell, Prototypen zu entwickeln, sehr schnell einfach was auszuprobieren, Skripte zu schreiben, die vielleicht auch nur einmal was von A nach B, Dateien von A nach B umwandeln. Allerdings kann man mit Python auch produktive Anwendungen entwickeln, die robust sind, die schnell sind und wirkliche Lösungen umsetzen. Und zum Schluss ermöglicht Python, dass man auch seinen Code dann in einem Jahr oder in fünf Jahren auch noch versteht. und damit ist mein Vortrag zu Ende. Vielen Dank. Ja, super. Gibt's Fragen? Vielen Dank. Vielen Dank für die Präsentation. Und meine Frage ist, gibt es irgendwelche Beschränkungen von Python, was zum Beispiel Raster-Datenverarbeitung betrifft? Also ob irgendwie für große Raster-Daten setzt es weniger oder die Größe jetzt? Also ich weiß, dass dieses Raster-IO-Paket das speziell dafür jetzt auch entwickelt wird, mit großen Datenmengen umzugehen. Da würde man quasi aus einem riesen Geo-Tiff oder auch bei GEDAL kann man auch mit Virtual Raster-Tables arbeiten, die sich dann auf zig großen Geo-Tiffs beziehen. Und da kann man dann quasi über so ein Windowing quasi über einen kleinen Abschnitt dann Daten verarbeiten. Also da gibt es dann quasi keine Größenbeschränkungen. Ich habe eine Frage quasi an den Python-Koch. Welche Zutaten bräuchte ich, um einen WPS für Koordinatentransformationen zu schreiben? Ist da quasi schon alles vorhanden? Ich habe gesehen, da gibt es das Py Proi und also ich bin kein Experte für WPS, aber ich denke mal, das lässt sich relativ einfach mit Py-WPS und PyProtch dann umsetzen. Also mit PyProtch, das basiert selber auf die LibProtch4, die auch von vielen anderen Tools verwendet wird für die Koordinatentransformationen und da würde man sich dann einen WPS-Dienst dann schreiben, der die Koordinaten nimmt, umtransformiert und wieder zurückliefert. Gibt es noch Fragen? Gut. Eine noch. Wann sind die Folien online? Das muss man selber probieren. Also ich habe eben schon gesehen, hier wird direkt gesammelt, beim Vortragenden, bei dir wahrscheinlich gleich auch, ansonsten obliegt das ein bisschen dem Sprecher, die möglichst schnell auf die Foskis-Plattform hochzuladen, was natürlich alle machen werden, ist klar. Ich denke mal, also ich weiß nicht, ob die jetzt direkt hochgeladen werden, sonst trage ich die da selber noch ein. Gut, wenn wir sonst keine Fragen mehr haben, dann darf ich mich bedanken und wir haben auch nur heilig, grünen, bis zu allem. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.